Hallo, grüß euch, ich bin die Bettina, ich bin die Inhaberin der Videothek und von Bettinas Ladl. Und für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin oberhalb vom Postamt und ich würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeikommt. Und jetzt kommt ihr mit, jetzt gehen wir rein. So, jetzt sind wir im Vorraum, das ist die Videothek. Da sind die DVD-Automaten, die sind 24 Stunden, das heißt rund um die Uhr für eigentlich zugänglich. Und wenn einmal nichts Gescheites im Fernsehen läuft, nachher kommt es vorbei und leicht sieht keine DVD aus. Und jetzt gehen wir weiter ins Geschäft rein. Jetzt sind wir in meinem Ladl und bei mir findet es nette Geschenksideen und viele Sachen mache ich selber. Wie ihr es sehen könnt, sind da Sachen aus Holz, die sind von mir gemacht und die sind ohne Karte, die gibt es gleich einmal. Und wenn es etwas Besonderes braucht, kann ich auch Sachen beschriften, das mache ich da vor Ort und nachher habe ich ein individuelles Geschenk. Und jetzt möchte ich auf diesem Weg natürlich auch meine Verwandten, Bekannten, meine Freunde, meine Stammkundschaften und meine zukünftigen Kundschaften ganz eine besinnliche Weihnachtszeit wünschen. Und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2015 und ich freue mich auf euch. Tschüss! Ich bin die Bettina, ich bin die Inhaberin von der Cinebank Wattens, das ist die Videothek und von Bettina Sladl. Und ich möchte all meine Kundschaften, meine Freunde, Bekannten und Verwandten frohe Weihnachten wünschen und eine besinnliche Zeit. Und vor allem einen guten Rutsch ins neue Jahr 2014. Bis zum nächsten Mal.